Deswegen bietet es sich ja auch an, dass wir halt momentan auch keine Fracht haben. Dann kann man die Situation gut ausnutzen. Das ist eigentlich auf rechts in der Petrasi gewesen. Keine Ahnung, wo die hinführt. Uns nicht. Uns nicht. Uns eine Rwana. Demnächst rechts abbiegen. So, jetzt freuen sich die Ammoner noch mal. Jetzt kommen wir da noch mal vorbei. Oh, schon wird er die... Schon wieder die gleichen. Er fährt rein und ist schon fest, dass es stark ist. So, jetzt kommen wir da noch mal. So, jetzt kommen wir da noch mal. So, jetzt kommen wir da noch mal. So, jetzt kommen wir da noch mal hin. 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 Tastenkombinationen. Tastenkombinationen, nicht Tastenkombinationen, sondern du kannst da schnell speichern. Ne, ich speichere. Das hast du. Was war das für eine? War richtig. Ähm, warte, 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 warte. Irgendwo habe ich doch gelesen. Screenshot ist das? Schnell speichern? Gibt es das überhaupt nicht mehr? Rotet Weißer, Rotet Weißer, Rotet Weißer. Scheibenwischer, Scheibenwischer, Scheibenwischer Sicht pausieren, Heater-Tracking zurücksetzen, Screenshot Schnell laden, schnell speichern, Rollen-Feststell-Taste Warte mal Die F8 ist ja belegt, die F12 ist auch belegt Die F9, 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 F9 Die F9 belegt, die ist nicht belegt Die F10 ist belegt Die F11, F9 F9, F9, ja Setz dich auf die F9 Und brauche nicht jedes Mal an das Menü zurückzuwischen Äh, wo ist es denn? Schnell speichern Zack, F9 So, teste ich mal Ha, perfekt, funktioniert Gut, los geht's Okay Ich glaube, ich mach den Grauen So, ich habe einen dritten Gang, damit konnte ich jetzt gut anfahren Das heißt also Weiter runter muss ich wahrscheinlich gar nicht Das ist ganz schön mittig, habe ich das Gefühl Oder ich fahre ganz schön rechts am Abgrund Na, solange der Gegenverkehr kommt, dann nutzt sich die ganze Straße aus Na gut, stimmt ja eigentlich, ne Macht ja eigentlich Sinn Jetzt hält mir ein, das hatte ich dich noch nicht gefragt, aber vollgetankt hast du Nö Okay Oh, ich gehe mal davon aus, dass das das wird Ja gut, vorwärts auf jeden Fall Vorsicht, Panky Ja Vorsicht, der kann kommen, war es Naja, ich konnte auch eine Stelle, die mich mag Die ist genau hier Das war die rutschige Da hat der Panky das Durften geübt Da steht er so beschissen da, dass du die beide richtig rüberkommst Na gut, hat gepasst, hat gefunden, hat gepunst Ja Ja Funktioniertet Ich fahre hier schön im dritten Gang, das läuft eigentlich ganz gut bis jetzt So, das erste kleine Hindernis Ich habe hier nochmal gespeichert Ich warte ein bisschen, bis du weg bist und dann drücke ich einmal die F9 Das ist eine coole Funktion, siehste, die hätten wir schon viel früher mal brauchen können So weit runter geht es jetzt hier links nicht Ach, meinst du, jetzt kann man nicht mehr so weit rutschen, aber Wasser Von dem Wasser bist du auch verloren So, der Tunnel Boah, krass Cool würde ich ja finden, wenn auch hier noch man so richtig schön sich in den Schnee, äh, also wenn die Reifen in den Schnee einsinken würden Wir gehen nach links ab Das wäre mal richtig cool Hier oben ist schön ruhig auf der Brücke Ja Zum Glück ist hier kein Stau Aber auch wenn ich mal so aufs Navi schaue, so vor uns, ne, keine Punkte bis dato Aber wie wir gelernt haben, es benötigt keine Mitspieler, Gegenspieler, wie auch immer Wir schaffen es auch selber oder vielmehr ich Mich in eine Situation zu bringen, wo ich dich hin will Es ist auf jeden fall eine schöne anspruchsvolle Strecke Auch wenn du die vorwärts fährst Ich meine, es gibt ja auch noch ganz Verrückte Auch bei uns sogar Die hier mit HTC und so weiter herumfahren Es ist jetzt das neue Duisburg Kali Oh, jetzt wird's hier, du musst ein bisschen mit Hier ist, hier quält, dass ich gerade hoch Wer noch kann ich bleiben Am dritten Gang komme ich eigentlich ganz gut durch jetzt, bis jetzt Oh ja, da kommen mehr Punkte, es kommen mehr Punkte Und oder einer hat sich, glaube ich, festgefahren Er hat schon F7 geschrieben Aber bis jetzt rollen sie noch Am besten, wir warten hier erst mal vor dem Korveneingang, oder? Genau So, dann nutze ich auch mal ein bisschen die Außenkamera Boah, was ist denn hier los? Ein elektrisches Boah, der Typ, nee, der Typ auch So, bei der letzten Ecke, haben wir die Durchschnittsvorschweinung Alles klar So, ich sollte auch nicht umschalten Hallo, Cockpit So, weiter geht's Vorsicht Nicht zu schnell So, schön sanft um die Kurve Wo gibt's ein 70 von, wollen wir es ausfahren? Ja, natürlich Was denn? Kann's probieren Alles gut, noch bin ich auf der Straße Man muss echt ganz sanft Gas geben Also ich kann mir vorstellen, dass es für Tastaturspieler wirklich schwieriger ist Weil die einfach nicht so sanft Gas geben können Kommt auf die Tastatur noch rein Es gibt ja auch druckempfindlich und so weiter und so fort Gerade Gaming-Bereich und so Aber, boah, Hilfe Sobald du ein bisschen Gas gibst, hast du echt Hast du Spaß So, ich setz mal eine Marke Ich setz mal eine Marke Mhm was hast du jetzt drin eigentlich in der automatik selbst wo muss ich gucken muss ich das noch mal und entweder mode war hier aber ja sieben weil du überlegst ich war ja mit dem dritten herum okay ich habe aber auch nur 6 getriebe eingebaut genau wenn du das runde rechnen ist kommt das ungefähr hin kommt ungefähr hin stimmt gegen verkehr ja so ein bisschen spät bin direkt hinter dir ich habe ihn gesehen aber bei der kurve jetzt achtung ist er schon über oder kommt er jetzt uns in die gegend das weiß ich nicht und uns weg glaube jetzt steht er eigentlich aber der punkt hat sich nach oben bewegt gerade eben okay gerade durst dich dann hören nicht so wie es aussieht ich meine bis jetzt heute einmal die wilde fahrzeug kacke stoppen stoppen ja jetzt kriegte sich wieder frei da hing wahrscheinlich irgendwo fest okay so alles klar gefahr vorbei wenn man darunter schaut er will ich nicht hin der fahrer anscheinend mit a5 an ja weil wahrscheinlich ja ja was 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 ist der hinter uns schlecht ich gebe noch ein bisschen gas nicht so viel geld nicht so viel gas du merkst sofort wenn er abbrechen also wenn er raus will wenn du sofort sich hier eine andere richtung sucht als wie du sie so nehmen möchtest ist schon cool jetzt gehen wir mal eine geschwindigkeit hier aber auch 50 55 60 65 so ich brems dann mal wieder die kräfte hier im lenkrad hilfe hilfe spürbar linker das schleudert ich aber manchmal rechts und links und links findest du mit Funks SWEu du wisst nicht was in der nächsten kurve passiert was ist